Hallo und herzlich willkommen zu der 58. Folge von Let's Play Transport Fever hier auf dem Süddesmaraischen Fernsehen und wenn ich aus meinem Fenster gucke, tut es gerade schon wieder Schnee stürmen. Es ist fantastisch, wie viel es schneit in letzter Zeit. Bei minus 7 Grad aktuell ist es abends 20 vor 5. So, aber jetzt geht es weiter. Wir wollen unsere Züge benennen, unsere Linien und das ist der Ex-Press-Reichen-Schwand. Reichen. Reichen-Sch. Wie, 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 wie haben wir das hier unten genannt? Äh, nicht so, sondern hier. Zack, Express Elfhausen. Okay. Ja, okay. Dann müssen wir hier den Namen von beiden nehmen, der näher, nicht näher dran ist, sondern der besser passt. Und da ist Parkstein ja, oder? Parkstein, ein bisschen näher dran. So, die Linie grün ist der Zug von Reichen-Schwand nach Lastrup. Weil hier passt nichts weiter hin. Oh, das passt ja genau. Das ist super. Dieser Zug führt von Parkstein nach Lastrup. Und dieser Zug führt von Parkstein nach Schwanenmühle. Schwanenmühle. Schwanenm. Fast nicht mehr. Schwanenmüh. Schwanenmüh. Schwanenmühle. Zack. Super. Haben wir jetzt vier verschiedene Linien. Vier verschiedene Aufgaben. Ja, ich weiß jetzt die Straße noch nicht aktualisiert wurde hier. Das machen wir jetzt gleich als erstes. Nee, nee. Zack. Machen wir gleich mal so. Bessere Verknüpfungen hier. Krass, ne? Was man ja alles so machen kann. Machen wir doch am besten mal so. Alles sieht scheiße aus, ne? Zack. Machen wir es wieder weg. Wir haben jetzt hier ordentlich Zeug geschaffen. Und da ist das Depot. Und wir kaufen jetzt Züge. Und wir kaufen das Beste vom Besten. Nämlich diese unterhübschen Züge. Eins, zwei. Brauchen wir gar nicht mehr machen. Wir können es ja dann kopieren. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn. Wunderschöne Wegelchen. Und das tun wir einfach kopieren. Und das eins, zwei, drei mal. Jawohl, wir können ja überall noch einen wegnehmen. Oder zwei. Das macht mehr Sinn. Und die tun wir nicht alle zuweisen, ne? Ich kann zum Beispiel den hier komplett nochmal wegmachen. Zack. Die können wir alle zuweisen. Erstmal hier. Wir können auch noch hier zwei wegnehmen. Einen passen vierzehn, ne? Guck, wir machen nur mal die zehn Erfolge. Zehn, zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig. Dann passen noch viel mehr rein. Machen wir den mal so lang. Wenn der unbedingt länger sein möchte, kann er ja gern machen. Mit der Zeit. Später. Jetzt wartet mal ja nach unten. So. Zack. Haben wir was falsch gemacht gerade. Egal. Züge kaufen. Zack. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Kopieren. Alle zuweisen. Der 22. Züge kaufen. Zack. Ne, nicht kopieren. Hier äh. Weiteres. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zehn, 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 elf, zwölf, dreißen, vierzehn, fünfzehn, fünfzehn. Und den weisen wir jetzt auf die 24 zu. Zack. Und jetzt ist ordentlich Betrieb auf den Linien. Ordentlich. Die müssen sich natürlich alle erstmal einfahren. Ich weiß nicht, ob das eine Verbindung hier hat. Mit den anderen Strecken. Ne, hat's nicht. 47 warten schon wieder her. Und hier unten warten schon wieder ungemein viele. Wo warten die alle? Lastrop 16, nach Kattelhof. 253, was hier los? Hier stehen Züge. Der hier. Und der? Was machen die auf denselben Gleis gerade? Verstehe ich nicht. Was macht der überhaupt hier drüben? Der hat halt überhaupt nichts verloren. Äh? Das sind die Weichen, die ich hier gesetzt habe. Die verändern ja alles. So, so ist es jetzt korrekt. Na, wie kommen sie jetzt zurück, mein Schätzchen? Überhaupt nicht. Warte mal. Ich muss den Anschluss nochmal ganz kurz bauen. Na, das ist jetzt auch scheiße. Warte mal. So. Du hier. Und drehst jetzt mal um. Und fährst wieder auf deine Strecke. Dann baue ich das Ding ja wieder hin. Wenn du fährlich bist. Das gibt es ja nicht. So was Unerhörtes. So. Jetzt baue ich dir hin. Jetzt wird das ja abgerissen wieder. Gleich die Weichen, ja. Dass es überhaupt keine Probleme gibt. Ey, die Linie, ne? Die kann sich jetzt auch wieder ändern. Gibt's denn das? Muss ich erst jetzt wieder hier böse werden? Guck mal, wenn ich nämlich jetzt den da mache, da klappt's wieder nicht. Pass auf. So, Linie grün. Hätte ich bitte. Zack. Den hier. Wenn er von Alfhausen wieder rauskommt, möchte ich, dass er da ist. Klappt doch. Weiß es nicht, was jetzt so schwer hier an der dran ist. Machen wir jetzt hier eben ein eigenes Depot irgendwo hin. Für diesen Zug. Wie zum Beispiel hier hin. Zack. Depot. Dreh hin. Zack. Kann ich das überhaupt ziehen? Wäre vielleicht besser gewesen, wenn hier zwei draus sind. Müssen wir aber auch mal ganz kurz schauen. Und das machen wir in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Wenn es wieder heißt Transuit Fever, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.